Eine schöne Übung haben wir heute noch. Der Rush-Defuse mit einer Handelstange. Dazu nehmt ihr euch die Stange, haut sie irgendwo in eine Ecke rein. Da wird so den High-Fight-Descension genommen. Irgendwo, wo es fest im Boden ist und es nicht wegwutscht. Manchmal in eine Handelscheibe reinlegen oder so. Wo es halt einen Halt hat. Dann packst du das Ding mit geradem Arm. Stabiler Stand. Die Hüfte bleibt gerade, der Kopf bleibt gerade. Nur die Schultern drehen. Jetzt komm ich langsam runter. Linke Schulter vorne, rechte hinten. Hier genau andersrum. Der Arm, der oben ist, bleibt dabei immer gerade. Damit komm ich nur aus der Rumpf-Rotation. Wahrscheinlich nichts aus dem Arm. Dich' Redονatet bis nach 5000m. Peace. Vielen Dank.